Die New York Comic Con steht vor der Tür und wir schauen uns alle Drops an, die auf der New York Comic Con stattfinden werden. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Ja, willkommen zu einem weiteren Video heute hier am Montag, wenn ihr das sehen solltet. Und zwar eine ganz kurze Ankündigung in eigener Sache. Wir werden heute Abend am Montag um 20 Uhr deutscher Zeit streamen. Ein weiterer Collector Talk mit Chris und natürlich auch Enrico. Und außerdem nochmal am Mittwoch wird es einen weiteren Stream geben, zusammen mit Vivi Versum. Dort werden wir um 19.30 Uhr streamen, zusammen noch mit der Moni Lee. Das heißt, wenn ihr da auf jeden Fall Bock drauf habt, kommt auf jeden Fall sehr gerne einmal bei mir heute Abend vorbei und am Mittwoch beim Frank vorbei. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall mal die Drops an für die bevorstehende New York Comic Con. Und by the way, das wird wahrscheinlich auch das letzte Video sein, was ihr jetzt hier erstmal vor der New York Comic Con von mir sehen werdet. Ich werde versuchen, auf der New York Comic Con ein Video zu machen bzw. einen Vlog zu machen. Dazu dann aber mehr, wenn das Ganze dann auch wirklich rauskommen soll. Schauen wir uns aber erstmal hier die erste Sache an. Fitchpen wird eine Kooperation mit Vivi machen und wird auch eine langfristige Kooperation. Wer Fitchpen nicht kennt, das ist im Prinzip eine Firma, die ziemlich etabliert ist in diesem kleinen Ansteckermarkt. Also im Prinzip diese Pins, die man collecten kann, sind ja in Amerika nochmal ein ganz großes Ding im Gegensatz zu hier. Auf jeden Fall werden sie hier jetzt langfristig mit denen kooperieren. Und erste Pins haben wir jetzt ja schon auch gesehen. Hier David hat auch nochmal getweetet. Wir sehen im Prinzip das Vivi Logo und im Prinzip dann haben wir einmal das Vivi Herz Plus für alle Golden und Silver Logo Holder. Die bekommen nochmal hier sogar so ein Gold und Silver Fitchpin. Finde ich persönlich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ich freue mich auf jeden Fall das auch schon dann abzuholen. Ich werde das natürlich dann auch euch einmal zeigen, wie ich da auch die Qualität finde ETC und da auch ein kleines Review zu geben. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, wie hier auch die Qualität wie gesagt sein wird und wie viele dann dort tatsächlich noch zu haben sind auf der New York Comic Con. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Kommen wir nun zu einer Sache, die Vivi eigentlich gar nicht mal so direkt betrifft, aber den gesamten NFT bzw. Collectible Space einfach im Allgemeinen. Und das ist nämlich die Meldung, dass DC Cards bzw. HRO hier so nicht weitergemacht wird wie bisher. Es wird wohl jetzt je nach zwei Jahren ein Ende finden und das ist natürlich schon etwas Krasses, da es tatsächlich auch ein sehr innovatives Projekt war in dem gesamten Raum. Und daher ziemlich, ziemlich schade, dass das ganze Projekt jetzt hier wohl geschlossen wird. Das heißt, wenn ihr dort noch Sachen habt, dann informiert euch unbedingt dort rüber nochmal einzeln. Ich werde darüber jetzt keine Infos teilen, weil natürlich das einfach nicht zu meinem Content gehört normalerweise. Ich wollte dazu aber trotzdem mal ganz kurz natürlich euch informieren, weil ich weiß, dass der ein oder andere da auf jeden Fall auch investiert bzw. sich dort Sachen gekauft hat. Kommen wir ansonsten zum nächsten Comic, den wir sehen werden und zwar nämlich der Amazing Spider-Man Annual. Hashtag 1 aus dem Jahr 1964 und das Comic hat es wirklich in sich. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal ganz kurz an. Und zwar ist es nämlich die First Appearance of the Sinister Six. Und das Gesamte wird ja am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Denn ansonsten wird das Gesamte natürlich wie immer hier auch mit 5 Covern kommen. Das Gesamte natürlich wie immer mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Rack-Covern hier natürlich. Die Secret Rare muss ich sagen, sieht hier tatsächlich das erste Mal wirklich auch ein bisschen cooler aus als die letzten. Wir werden hier einen Listenpreis von 10 Dollar sehen und eine Editionzahl von 5000 Stück. Und das ist meiner Meinung nach auch eigentlich eine ganz gute Lösung hier von den Zahlen. Denn wenn wir uns das gesamte Comic mal anschauen, dann sehen wir auch ziemlich schnell hier eine 9.8. Ja, wurde hier in 2012, ganz wichtig, für 28.000 US-Dollar verkauft. Und wir sehen jetzt hier ein paar aktuellere Zahlen aus 2021. Dort wurde eine 9.6 für knapp 80.000 verkauft. Und eine 9.4 ist hier durchschnittlich bei einem Preis von 30.000. Also, wir sehen auf jeden Fall hier, das Comic ist auf jeden Fall schon relativ hochpreisig. Ich persönlich habe es tatsächlich im Nachdruck auch selber. Und ich finde es auf jeden Fall ein cooles Comic. Ich werde mir das definitiv holen, weil ich es wie gesagt schon in physisch habe. Natürlich als Nachdruck nicht das Original, aber dennoch ist es meiner Meinung nach einfach ein cooles Cover. Und die Sinister Six sind auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil des Marvel-Universums. Daher ein absoluter Muss für mich, den auf jeden Fall mitzunehmen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Schauen wir uns passend zu New York Comic Con auch den Mighty an. Und zwar nämlich den Spider-Man Mighty, den wir sehen werden am 17. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit. Und das Gesamte werden wir dann hier mit einem Listenpreis von 15 Dollar sehen und ein Additions von 1962 Stück. Außerdem natürlich hier auch eine Con-Exclusive. Das Gesamte hier, ja im Prinzip eigentlich nur das Spider-Man Mighty mit einer New York Cap drauf. Ist ziemlich basic. Hätte man glaube ich mehr draus machen können. Aber gut, ja, ich persönlich werde den Drop glaube ich nicht mitnehmen. Das ist mir persönlich ein bisschen zu billig. Kommen wir zum nächsten Comic, den wir sehen werden. Und zwar nämlich von Addiction. Passend zu New York Comic Con sind wir Addiction Hashtag 3. Und das Gesamte wird hier am Freitag, dem 18. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Natürlich wie immer mit fünf Covern, die wir hier sehen werden. Ja, für mich persönlich ist das auf jeden Fall kein Drop, den ich mitnehmen werde. Für mich war damals die erste Version von Addiction Hashtag 1 sehr, sehr wichtig zu haben. Aber die Nachfolger und Comics sind für mich persönlich nicht wirklich interessant. Wir sehen hier einen Listenpreis von 7 Dollar und eine Additionzahl von 4.009 Stück. Ansonsten, ja, persönlich für mich ist das wie gesagt kein Comic, was ich mitnehmen werde. Schreibt mir aber gerne unten mal in die Kommentare, ob das ein Drop ist, den ihr mitnehmen würdet. Kommen wir zu einem Drop von Ron English und das wird hier auf jeden Fall ziemlich interessant. Am Freitag um 20 Uhr deutscher Zeit werden wir nämlich hier DJ Big Bots und Record Hashtag 1 sehen. Das Gesamte finde ich persönlich sind auf jeden Fall ganz interessante Sachen. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool gemacht eigentlich. Wir werden die hier als animiertes Collectable sehen. Also auf jeden Fall die kommen hier mit einem Listenpreis von 25 Dollar und einer Additionzahl von 1.800 Stück. Ansonsten natürlich auch hier eine Con-Exclusive. First Public Mint ist die 21. Kommen wir zum nächsten, das ist die Altrair, auch animiert. Silver Rust, eine Additionzahl von 888 Stück. Listenpreis bleibt logischerweise gleich. Ansonsten schauen wir uns noch die goldene Variante an und die ist wirklich auch cool gemacht, muss ich sagen. Das Gold hier sieht wirklich, wirklich stark aus. Eine Secret Rare und nur eine Additionzahl von 200 Stück. Insgesamt 20 Editions werden hier vorbehalten. Also insgesamt nur 180 Editions, die hier public verfügbar sind. Und das ist persönlich für mich auf jeden Fall ein Job, den ich wahrscheinlich mitnehmen werde. Einfach weil ich hier diesen goldenen Dude einfach unfassbar cool finde. Und irgendwo, wenn man da gambelt und selbst wenn es hier auf jeden Fall nur der rote wird, beziehungsweise kommen wird, dann ist das auf jeden Fall auch schon cool. Denn ich finde das einfach nice gemacht. Ich feiere so einen Style von Kunst, deswegen für mich auf jeden Fall einen Job, den ich mitnehmen werde. Schreibt mir auch hier eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Wir waren eben beim Mighty Spider-Man. Kommen wir nun zum Fahrzeug vom Spider-Man Mighty. Und das werden wir am Freitag, dem 18. Oktober um 21 Uhr deutscher Zeit sehen. Und zwar nämlich das Spider-Man-Mobil. Finde ich ganz witzig gemacht, ist hier interaktiv. Das heißt, man wird es wahrscheinlich dann auch wie auch die anderen Autos schon steuern können. In Augmented Reality, das Gesamte hier mit einem Lissenpreis von 15 Dollar und ein Edition-Star von 2500 Stück. Außer eben hier natürlich auch eine Con-Exclusive. Ansonsten kommen wir zum nächsten Collectible und zwar nämlich von 24-7 Comics. Evermind Bobo werden wir hier sehen. Und das ist hier tatsächlich ein Collectible, was wir sehen werden und kein Comic von denen. Finde ich auch ganz interessant. Das Gesamte wird hier am Samstag, dem 19. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit droppen. Das Gesamte hier einmal mit einer Rare. Das Gesamte mit einem Lissenpreis von 15 Dollar und eine Edition-Zahl von 800 Stück. Natürlich auch hier eine Con-Exclusive und die First Public Mint ist hier die 21. Ansonsten kommen wir zur Sacred Rare, auch animiert. Mit einer Edition-Zahl von 88 Stück und einem Lissenpreis natürlich auch hier von 15 Dollar. Ist auf jeden Fall hier mit der First Public Mint Hashtag 6 natürlich schon ziemlich, ziemlich spannend. Ich wünsche euch auf jeden Fall dort viel Glück, solltet ihr diesen Gamble hier mitnehmen wollen. Kommen wir nun zu einem weiteren Marvel Collectible und zwar nämlich Wolverine Weapon X. Und das wird hier am Samstag um 21 Uhr deutscher Zeit droppen. Das Gesamte natürlich hier in Waitlist-Format. Das Gesamte hier mit ihm als Rare animiert und auch mit Sound. Ich habe mir das tatsächlich schon auch in einem Video angesehen, in einem Trailer. Und das sieht wirklich grafisch gesehen super, super stark aus. Ich bin hier auf jeden Fall sehr gespannt. Der Listenpreis wird hier bei 40 Dollar liegen und eine Edition-Zahl von 2200 Stück haben. Ansonsten natürlich auch hier eine Con-Exclusive und die First Public Mint eine 41. Kommen wir nun aber zu einem Comic von 24-7 Comics und zwar nämlich Sanity Hashtag 1. Und das Gesamte wird hier am Sonntag um 20 Uhr deutscher Zeit droppen. Das Gesamte natürlich auch wie immer hier mit 5 Covern, die wir sehen werden. Ja, für mich persönlich ist dieser Brand einfach nichts, womit ich was anfangen kann. Aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass es doch einige geben soll, die das ziemlich feiern sollen. Wir werden hier insgesamt 7 Dollar Listenpreis haben und eine Edition-Zahl von 2800 Stück. Also auch hier relativ human. Bestimmt für den einen oder anderen Comic-Sammler etwas ziemlich Interessantes. Kommen wir zu einem weiteren Marvel-Collectable und zwar an einem weiteren Red Metallic-Collectable. Und zwar nämlich Storm. Werden wir hier jetzt als Collectable sehen. Am Sonntag um 21 Uhr deutscher Zeit. So ein bisschen als Schlusslicht hier. Und das Gesamte wird natürlich auch eine Secretress sein. Eine Edition-Zahl von 444 Stück und einen Listenpreis von 40 Dollar. Ansonsten natürlich hier mit der First Public Mint 21. Wird wahrscheinlich auch wie auch die anderen Collectables wieder ein ziemlicher Gambel sein. Hier auf eine gute Mint. Für mich persönlich an dieser Stelle ist das definitiv ein Skip. Und das war es jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, dir da draußen hat das Video gefallen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.